Als Reaktion auf die Konfrontation mit Russland im Schwarzen Meer hat das ukrainische Parlament der Verhängung des Kriegsrechts zugestimmt. Mit dem Votum folgen die Parlamentarier am Montagabend in Kiew dem Antrag vom Präsident Petro Poroschenko. Das Kriegsrecht soll 30 Tage lang gelten und ist begrenzt auf die an Russland grenzenden Gebiete der Ukraine und die Schwarzmeerküste. Die Ukraine wirft Russland vor, am Sonntag drei ihrer Marineschiffe an der Straße von Kerch, einer strategisch wichtigen Meerenge zwischen der Krim und Russland, beschossen zu haben. Russland weist wiederum der Ukrainer die Schuld an der Zuspitzung des Konflikts zu.